Hallo Leute und herzlich willkommen wieder hier auf PlanetSide, oder InPlanetSide, eher gesagt. Mit dabei sind der YouTube Setran, der Enquest, der Euthanvogel und der Lumat, aber der hat kein Mikro. Aber trotzdem sind alle da, hallo. Und wir kämpfen nach wie vor noch immer um diese Bestellung hier. Wir wollen gewinnen, Leute. Und sterben. Also das mit sterben, ich glaube nicht. Nein, wollen nicht, aber... Das ist so eine komische Putz-Situation hier durch meinen Sandy, den Cloud-Sandy. Haben die Randoms jetzt einen kleinen Vorteil. Ist es so gut, dann... Aber die TR spielt besser. Ja, eigentlich bräuchten wir... Die TR ist einfach ein Defense-Vorteil. Ja. Die verteidigen richtig gut, ne? Die brauchen ihre Deckung nicht verteid... Die haben da hinten aber noch einen Sandy stehen. Ja, dadurch können die doch nicht schnell spawnen, aber... Wir bekommen jetzt, glaube ich, mehr Offensiv-Feuerkraft. Es kommen noch ein paar Panzerleihen und noch dies und das und jenes. Gott sei Dank habe ich die Beetlejuice jetzt eingepackt, weil sonst hätte ich keine Munition mehr. Okay. Ja, die Beetlejuice hat ja kein Magazin mehr. Einige wissen... Was denn? Äh, was... Äh, ich werde fast von eigenem Panzerbefahren. Out. Äh. Muss hoch. Da kommt ne Max. Ja, und ich lieg' wieder mal. Ich bin nur hoch, ich will nur oben jetzt hier kurz das sichern. Komm, zieht ab. Danke sehr. Haben wir denn jetzt Punkt A nicht übernommen? Nö. Äh, noch nicht, aber wir drücken auf jeden Fall, wir sind schon im Gebäude drin, ne? Ja, wir ziehen ein paar kleine Randoms, äh, außen langt noch. Und der Gandhi. Geht voran, Leute, es geht voran. Geht was, sagst du? Jawohl, den Kill haben wir auch. Ich glaube, die hatten da im Hof aber auch noch irgendwo ein, äh, Sandy stehen, ne? Muss sein. Want to... Äh, der Random ist geil. Want to free go, want to free go. Okay, das war's, wir haben die jetzt gezogen an der, seinen Tür, ihr seid schon drin, habe ich gehört. Also die, äh, ich seh die Randoms, ich kann meine Position nicht verlassen, aber ich wird dann sofort geschossen. Geh ja auch nicht weg, ich hab hier super Position, kann direkt auf die Treppe ziehen. Jo, dann haut die nieder, macht die nieder. Ja, ich bin schon dabei. Zweites Team, wo wir, ich komm jetzt hier mit, whoop, ah, ich seh schon die dritte Treppe, ich fahr an die Tür drei gerade, abgesehen, das ordentlich hier. Vier. Oh oh. Hey Leute. Oh oh. Nice, thanks man. Ah, was schreckt. Ich bin noch draußen hier bei dem... Manic. ...Klarzeug Terminal. Manic. Nice. Thanks. Jawohl. Nächster Kill. Alter, brauchst du im Mund? Hm, hab grad weh geholt. Gut. Hätte grad gebraucht, ja. Warte mal, ich setze mal hier eine Spawnleuchte außenseite schon mal hin. Ja, gute Idee. Näher kann ich das nicht, aber dann könnt ihr ja probieren nach... Wir haben A, wir haben A. Wir haben A. Dann rein, 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 rein. Wir holen, halten A jetzt. Double Door ist eine kleine Treppe. Double Door ist eine kleine Treppe. Ich gehe, äh, kleine Treppe wird gebaut. Double Door bin ich. Ich behalte den Eingang im Auge, ich sag euch, was reinkommt. Okay, wenn was reinkommt. Ich stehe an einer der beiden Double Door zum Flur rein oder aus dem Gelände, meinst du? Alter, hier meinst du? Ja, ja, hier, einfach hier die Double Door irgendwie decken und draußen den Balkon auch nicht so weit rausgehen, mal zum Gucken und so kannst du rausgehen. Gib mir mal ein Sekündchen, ich setze mal kurz hier. Wo? Sepp, tu es mir so fallen, bitte. Welchen denn? Äh, geh mal zu uns und Vorfahrzeug, hol mal bitte eine Max. Dass wir mindestens eine, eine Max, egal welche Bewaffnung, dass wir mindestens hier mal ein bisschen Druck reinbauen. Gut, ich komme als Max. Und dann zu Punkt A, ne? Zum Punkt A. Du hältst dich dann weiter vorne auf, bei mir in der Nähe ein bisschen, weil ich dich dann hochrein kann immer. Komm, ich komm. 41, 20 Leute. Geht los. Äh. Ja, die sind ordentlich, viele Spawn leuchten ordentlich. Ich bin hier. Viele, gut. Oh, wir haben noch eine Max, ne? Ja, zweite Max haben wir auch hier. Ich, Tür? Tür, aber du darfst schon öfters rausgehen, du bist unser Feuerschutz jetzt erstmal. Ja, hier steht noch draußen einer mit einem G. Ja. Ich sitz hier, wir haben Sunday direkt vor deren Spawn, also ich sitz hier in der Bulldog drinne. Okay. Äh. Wie gesagt, ich muss ein bisschen in Deckung bleiben. Ja. Bleib ja hier, ich bin deine Lebensversicherung hier hinten. Das ist schön. Wenn du da Muni brauchst. Ich lege Muni direkt jetzt rein ins Gebäude schon mal. Ja, leg die vorne an die Tür hin. Liegt. Das ist gut. Äh, von der zweiten Dappel da reden wir ja. Nicht von der, wo du bist, sondern von der anderen. Ja, aber so wie es aussieht, kommen die jetzt hier nicht, gerade nicht raus. Ja, die kommen nicht mehr raus. Ja, dann haben wir das, wir halten aber trotzdem das weiterhin hier. Ja, warte ab. Ach, das ist ein Shandy von uns. Ja, ich sag ja, wir bleiben, wir bleiben hier, wir halten, das müssen geht nicht mehr. Ja, da kann immer mal eine Gail rauskommen, Gail Drop oder sowas. Ja, die kloppen dann hier drauf und das schaffen die mit zwölf Leuten, dann sind die bei A drin und dann bist du wieder draußen. Ja. Ja. Mein Sunday ist gleich weg. Ja, aber wir haben... Dann die dauernd. Okay. Da oben im Baum... Ist einer von uns hört. Ähm, weiß ich jetzt nicht genau. Warte, ich muss mich zurückziehen. Ja, beim Baum. Ja, den haben sie glaube ich. Luma, du bist verdammt nochmal im Merdeck, du bleibst hier im Gebäude drin. Rage. Ja, tut mir leid, also... Spürt ihr nicht, Rage? Ich geh mal davon aus, dass es unsere Leute vom AS auch gesagt hätten. Da beim Baum ist wieder einer, hier vorne um die Ecke. Also, da ich jetzt hier den Lieder machen, muss ich auch ein bisschen böse werden. 40 Sekunden. Ja. Da musst du aber noch jeden als Tourensohn beleidigen, sonst ist langweilig. Sonst kommt doch! Ja, das sollten wir, glaube ich, haben, ne? Wir warten ab. Ich bin nicht für die... Ja, aber trotz einen... Ich will nicht den Tag von den Armen blieben. Du Jus. Du Jus regelt. Schon wieder in der... Nein, dann haben wir ja hier gleich die Hölle auf Erden wieder. So, Munitionskiste ist verschwunden. Äh, ah ja, die... Ja, das ist doch das Problem bei meinen Inji, sonst würde ich hauptsächlich Inji spielen. Ich habe ihn noch nicht mal hochgezerrtet, richtig. So. Gut, und jetzt räumen wir auf. Vorrücken und aufräumen. Ja, ich glaube, das ist schon aufgeräumt. Das ist eine leichte... Da war wohl eine leichte... Ja, das ist so. Gut. Perfekt, ähm... So, jetzt überlege ich mal, was machen wir denn jetzt mehr? Wir müssen weiter Richtung TR vorgehen, die haben mehr Punkte. Das heißt, hier drücken wir jetzt weiter. Ja, ich... Welche war bespielt? Hä? Leute, ein bisschen Eidolon-Gameplay heute mal. Okay. Ich bleib' Max, halt. Okay. Äh, bin... Müsst mich nur jemand mitnehmen. Ja, irgendjemand muss... Jemand zieht mal bitte irgendwie in der Sun. Ich hol' den Sun, Raps an. Jupp. Und vor dem Zeck hinterher. Okay, dann machen wir Zeck folgen erstmal. Aber jetzt kommt meine absolute Lieblingsface auf in der... Ah, das war der richtige. Gott sei Dank. Huh. Warte, warte, warte. Warte, warte. Einmal anhalten, bitte. Lumat, meinst du mitnehmen? Ja. Ja, alle drin. Ne, doch jetzt, jetzt alle drin. So, wir folgen. Wir fahren jetzt los. Ja, ich lass mal einen vor. Den hier. Den hier. Er hat keinen Namen mehr. Ich hab' meinen Namen verloren. Das passiert mit Leuten, die... Aber wärmesicht. Ja, schön. Oh, Z, kannst du dich dann bei X mit reinsetzen? Weil der hat gar keinen Ganner. Ja, stimmt. Der vorne. Okay, ja, ja, ja. Quest, warte. Und da bist du gleich im Kampfgeschehen. Ich, ich steig. Oh, ich bin so langsam. Oh. So, ich bin drin. Wow. Jetzt sind wir... Jetzt sind wir mehr. Jetzt habt ihr keinen Ganner mehr, wa? Ne, ne, wir haben mich noch. Ach, da hinten schießen die. Sag mal, was hast du eigentlich auf der 3? Ja, auch wärme, das ist gut. Jetzt hätte ne Phalanx Roller. So, da oben, Paula. Ja. So. Alle raus, oder wat? Ähm. Dann kommst du hochrappen und dann weiter? Ja, weiter. Wir fahren auf die andere Seite der Base. Warte, ich gucke erst mal. Nichts weiter. Nichts weiter. Nichts weiter. Definitiv nicht weiter. Okay, okay, okay. Dann halten wir hier. Ja, aber dann nicht alle auf einen Punkt. Wenn die ordentlich treffen, sind dann 3, 4 Suns weg. Ja. Da ist ein Lightning oben hinterm Baum. Sepp. Wo, hier links? Ja, ja, der ist direkt vor dir. Okay. Komm, 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 komm. Komm, haut rein. Zwei mitgegeben. Ich geh um einen Baum rum. Oh, da hinten steht noch mehr. Ich muss zurück. Der Lightning ist weg. Den haben wir mal geplattet. Da sind aber ein paar. Da hinten ist noch ein Paula. Warte, 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 warte. Da bist du. Danke sehr. Ja, bin schon mit draußen. Das Geschütz schießt. Das Geschütz besetzt. Oh ja, das Geschütz ist besetzt. Bitte reparieren. Achtung, Sepp. Ja. Oho. Das zielt auf dich halt zu mir. Nee, ich bin nicht. Ich glaub, du verwechselst mich mit dem anderen, oder? Sepp DDW. Nee, hier bin ich, ja. Naja, die Max. Der hat dich geschossen. Der hat mich einmal getroffen. Schauder? Ja, sehe ich. Schauder hinter uns? Nordwesten? Nordwesten? Ja, aber der ist ein bisschen weiter weg. Okay. Dann wie viele Komponenten hier, das ist schon mal sehr gut. Ist denn, da hinten ist noch... Ah, fuck. Oh. Oben steht noch ne Max drauf. Auf dem, raus. Richtung, ähm, Süden. Ähm, Equest geht Anti, äh, Anti-Fahrzeug-Max. Ich bräuchte da mal einen Inji. Ähm, warte mal, ich kann nicht raus. Ich bin einziger Gunner in den Sun. Pass zurück. Au. Okay, äh, ich werde spawnen und dann werde ich alles an, äh, werde ich dir, äh, deiner sein. Sehr gut. Äh, jetzt muss ich nun auch hier den richtigen Spawn Equest, wenn ich hier, perfekt. Oh, fuck, falsch, nix. Äh, danke. Ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Wir rücken weiter vor, versuchen langsam weiter vorzurücken. Equest, wirst du? Ja, mal zum nächsten Baum. Ich bin gleich bei Sepp DDW. Bei Sepp. Ja. Achso, Leute, guckt mal bei allen vorbei, ja. Genau. Link ist natürlich oben in der Beschreibung. Natürlich, bei uns auch. Außer bei Ultervogel natürlich. Ultervogel hat ja nix, der ist unsichtig. Hahaha. Wow. Wie auf dem Frawlader hinter uns? Ja. Links. Frawlader down, wird beschossen. Ja, ja, wir sind hier dabei. Du hast zwei. Ja, die sind da oben alle. Ach, die machen schöne Angrifffälle. Ach, die machen schöne Angrifffälle. Darüber. Indie, das Indie, das Indie geschützt ist da oben. Oh. 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 Ah. Du bist zurück, komm zurück, du bist... Oh. Nein, nein. Du bist ordentlich in... Damage, ich will dich auch auch heimit. So. Hey, du gehst, ich hab... Du hast nur noch randoms als Impfung. Du hast nur noch Wende. Oh, 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 oh. Schlechte, schlechte Position. Hier ist ein... Sundi? Ja, ja. Wenn du's geht, weg hier. Weghauen. Ja, ich geh zurück. Ja, ich bin hinter dir. Ich halte dich, wie gesagt, hoch. Ja, dann halte mich mal. Oh, ich glaub, der wird repariert. Oh, von der Seite werden wir angehören. So. Da links ist ein Prawler. Bist tot, ja, ne? Ne, ne, ich leb noch. Ich hab ja ein bisschen hier noch mit Explosionsschutz bei mir drin. Okay. Da kommt ne Leuchte. Zurück, 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 zurück. Ah, down. Zap is down. Ich seh mich zurück. Ich hab gleich ein Prawler, der Prawler ist down. Ich gehst, äh, wie seh's aus? Equest, ja. Equest, wie viel hast du noch? Ich bin voll. Und über das Sniper. Hilfe. Mir ist grad ne Granate ins Gesicht geflogen. Autsch. Ja, die hat mich noch... Sie ist nicht explodiert, sie schwebt einfach noch. Na, die hat mich, die hat mich erwischt. Aber guck mal, wir holen uns jetzt schon A wieder. Die sind alle schon mal rüber. Jo, ich rück nach, mach hier ein bisschen auf. Äh, 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 äh. Ich bin jetzt auch grad bei A. Jep. Wollte an der Nähe. Ah, da ist ja auch der Spawnhaus direkt. Wie sagt, ich bin die ganze Zeit hinter dir. Jo. Jo. Achtung! Lightning! Jo. Ich guck auf den... ...Lightning's down. Oh fuck, Archer! Jo. 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 Ich bin bei dir. Jo. Da kommst du ja nicht raus. Ja, ich versuche mal ein paar zu snipen. So, musst du noch kurz warten. Bis gleich wieder hoch. Fair. Oh nein, hier kommt's nicht raus. What the fuck, was ist da los, ey? Ja. Die sind ein bisschen aggro. Die, die, die ärgern sich, dass wir ja auf deren Line jetzt sind. Hi, hab ich. Einer ist durchgekommen, der ist jetzt ums Haus gelaufen. Achtung, ich lege nur mal auf die andere Seite mal kurz ne, äh, äh, hier ne Panzerminung. Am besten nicht mit rauskommen. Ja, ja, wir bleiben drin, ich bleib zusätzlich hier drin. Dann hältst du noch mehr aus als du, wenn da so Explosionen kommen. Ich hab eigentlich auch Schlagammo drin, ne? Ja, die ist richtig gut. Draußen fährt noch ein Lightning rum. So, zur Info, ich hab mal an unseren Gebäude, wo wir drei, äh, wo wir vier sind, hab ich schon mal eine Spawnleuchte hingesetzt. Zur Sicherheit. Oh, hart, gleich geht's in Spyrolab, ey. Na, super. Eigentlich müssten wir uns jetzt schon, ja, wir müssen uns eigentlich jetzt schon vorbereiten. Rein ins Bio, so, ah, ich bin Snipe. Ja, ich muss mich dann aber auf jeden Fall umziehen. Jo. Nehme ich jetzt schon mal ohne Infanterie Max, weil keiner sonst so nix mit dem Ding anfangen hier. Man wird dann auf eng, äh, man wird dann mit Pointman, dass einer rauf geht und dass wir Richtung Brücke laufen. Ja, hier ist ein Sunny hinter uns, direkt, also hinter der Base. Okay. Was? Dann drauf auf eins. Direkt neben den Jump hat praktisch ein Stealth-Sonde. Okay. Okay. Doppel-Kosmos, beste Waffe, Leute. Wurdest du schon hier mit Product Placements wieder oder was? Ja, klar, kauft euch die Cosmos. Nee, mit Cels. Für jedes Teil, das ich kauft, kriegt 10% der Cels erstattet. Äh, bitte was? Gibt's ein Muni-Päckchen gratis dazu? Genau. Solange der Vorrat reicht und das ist nicht alles, wenn ihr jetzt innerhalb der nächsten 15 Minuten kauft. Kauft mein Merch, Leute. So, dann lasst mich schon mal den Wegpunkt setzen. Ja, Jump hat ist direkt hier hinter uns. Ich brauche noch mal kurz noch. DWHQ! Was? Wie? Wo? Hast du nicht gesehen? Wir waren hier der Besten. Warte mal. Ich höre die Base. Noch mal bitte. Was? Okay. Läuft. Ja, im Active Squad kriegen wir nicht eine Base geschissen. Wir sind zu dritt unterwegs. So für alle Locked Base. Na komm, wir müssen. Fünf. Wir sind zu fünft unterwegs. Ich gehe erstmal auschecken als nächstes, was da so Lust ist. Ich komme hinterher, um dich zu heim direkt. Ja, komm. Oh, Leute. Ich bin... Das ist... Ich bin auszusehen aus Bett gekauft. Hier ist noch ruhig, ne? Also, da drin sind sie. Hier ist NK. Äh, hier kommt NK. Ganz viel. Ja, na, super. Komm von unten hoch. Da ist hier ein Drei-Faktion-Fight, Leute. Können wir nicht mit NK jetzt mal auslandsweise hier mal Frieden schließen? Wir müssen erstmal die TR besiegen. Das müssen wir wissen, die ja auch. Können wir mal auf, um zu schießen? Ich kann mich hier gar nicht umschießen. Da unten fahren auch schon Dutzend Sundys von den rum. Nein, 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 die Faktion auch nicht auf dem Petz. Können wir uns nicht einigen, dass wir alle friedlich sind? Wir müssen auf dem Petz und... Wir müssen auf dem Petz und... Wir müssen auf dem Petz und... ...GTR aus dem Petz. Geil. Sag mal. Ich brauche mal Rap beim anderen Petz? Ich bin down, bin down. Ich lebe noch bei dem Petz. Das ist hier ein Drei-... Oh Gott, nein. Beim Fronten-Kick. Sehst du was? Komm, ich verschärfe es. Ich mache mal hier eine Offensiv-Anfrage. Vielleicht kommen dann noch ein paar Truppen. Ja, Leute, ich würde sagen, das ist doch eigentlich, äh... Gutes Zeichen, um ein neues Video zu starten. Ähm... Ja. Definitiv. Richtig. Dann... Oh, das war der falsche. Ähm... Das war schön mit euch. Jawoll! Ja, Leute. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Genau. Wir sehen uns dann zum Drei-Fronten-Krieg auf, ähm, auf den Biolab bei Allatun geht. Genau. Genau. Haut rein. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.